Guten Morgen Leute, herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Heute wird gedreht, wie man an der Tür hier schon sieht. Alles voll mit was dran gedreht werden muss. Aber, weil wir den Dreh extremst früh anfangen, also wir haben gerade 7 Uhr, also er fängt um 8 Uhr an der Dreh, treffen wir uns aber schon um halb, weil wir jetzt gemeinsam frühstücken und ich muss jetzt mal Frühstück vorbereiten und den Jungs erklären, was wir heute drehen. Also jetzt, jetzt goh! Ved ich jetzt! Soll nur noch mal rein! Okay! Ich habe kein bisschen gefilmt, ansonsten jetzt noch zwei, drei Einspieler vom Dreh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Yo, Leo. Mann, wie wollt ihr sonst Glicks auf YouTube abgreifen? Ich mach das, ich bin ja. Ich muss ganz schnell, beziehungsweise ich muss jetzt in drei Minuten los, weil ich das nochmal einen Termin habe bei den Falzwerken und ich muss nur ganz kurz mein T-Shirt wechseln. Ich kann mit dem Link nicht gescheit schnippen. Und meine Tasche und meine Sonnenbrille greifen. Und schon kann ich gehen. Yo, Leute. Ich bin jetzt zurück. Ich habe komplett vergessen, was zu drehen. Tut mir ganz, ganz doll leid. Aber irgendwie so, ja, gut, hätte ich sowieso nichts drehen können. Ich habe dann einen Vortrag gehalten, dann ein Gespräch. Wie stellen die sich das vor? Jetzt muss ich... ...einmal alle Daten, die ich hoffentlich hier finde. Hallo? So, der ist drin. Boah, woher kennt er den hin? Yo, what the fuck? So bin ich hier übelst weiß. So eine Spiegel. So, ich bin hier übelst weiß. 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 Vielen Dank.